Was willst du wirklich, wirklich, wirklich? Das ist die krasseste und wichtigste Frage meines Lebens. Was willst du wirklich? Ist schwach. Wir alle wollen irgendwas, materiellen Kram, schnellen Erfolg, Spaß, Befriedigung. Aber wir tun nicht viel dafür. Wenn es kommt, dann kommt es. Was willst du wirklich? Wirklich. Ah, ich muss wirklich was dafür tun. Ich werde Gas geben. Ich werde mich anstrengen. Das machen wir schon öfter mal, wenn uns was wichtig erscheint und wenn wir echt Bock haben. Aber die Frage, was willst du wirklich, 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 die beantworten wir selten. Denn das dritte wirklich tut wirklich weh. Wenn wir dafür laufen, wissen wir, dass es Jahrzehnte, vielleicht ein ganzes Leben dauern wird. Das Ziel ist so groß, es brennt lichterloh und wir verlieren es nie aus den Augen. Dafür reißt es uns jeden Morgen aus dem Bett. Der Punk geht wirklich ab, wenn wir darüber nachdenken. Und das ist Klarheit. Mehr Infos zur Klarheit in meinem neuesten YouTube-Video. guck. ig